Corona bietet uns die Chance im privaten als auch im geschäftlichen Bereich bestehende Strukturen und Verhaltensweisen zu überdenken und zu verändern. Wir werden trotz Corona und trotz ungewisser wirtschaftlicher Folgen weiterhin in die Digitalisierung und in einen modernen und effizient aufgestellten Maschinenpark investieren oder in Zukunftsprojekte wie diese transparente Schutzmaske, die wir gerade für einen unserer Kunden mit entwickeln. Gemeinsam werden wir gestärkt aus der Krise hervorgehen. Davon bin ich überzeugt. Deshalb weiterhin zusammenhalten und positiv bleiben.